Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du Zeit hast. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin. Im März zeigt das ZDF gleich zwei Filme, in denen du die Hauptrolle spielst. Einmal Im Schatten der Angst und zum anderen Das Gesetz sind wir. Genau, ja. Welche Rolle ist dir denn näher? Oder sind beide so weit weg? Nein, sie sind beide nicht ganz so weit weg. Also ich habe schon Figuren gespielt, die noch weiter weg von mir waren. Aber ich würde mal sagen, dass die Carla Eckert im Schatten der Angst mir dann doch wahrscheinlich ein bisschen näher ist. Da spielst du eine Gerichtspsychologin? Eine forensische Psychiaterin. Eine forensische Psychiaterin, die sich auf ein, wie kann man sagen, ein Spiel mit dem Beschuldigten einlässt? Naja, also sie macht erstmal einfach ihren Job. Sie schreibt Gerichtsgutachten und sie trifft auf ein Gegenüber, der eine große Herausforderung für sie ist. Er ist ein hochintelligenter, ihr gar nicht so, also zumindest in seinem Schicksal gar nicht so unähnlicher Mensch. Oder anders gesagt, zumindest wird sie durch ihn auch auf ihre dunkle Vergangenheit gestoßen. Ja, sie muss ja seine Schuldfähigkeit beurteilen und darum geht es ja denn, da entwickelt sich ja so ein Psychoduell, kann man vielleicht sagen. Genau, es ist ein kleines bisschen ein Duell zwischen zwei Menschen, die auf Augenhöhe sind. Und ja, und die letztlich, also diese Begegnung fordert die Figur, die ich spiele, Carla Eckart, insofern heraus, dass sie etwas tut, das sie wahrscheinlich davor noch nie getan hat, nämlich ihre eigene Vergangenheit zur Disposition zu stellen, um damit eine Nähe zu dem Verbrecher, also oder zu dem Begutachtenden herzustellen. Und damit, ja, damit riskiert sie eigentlich ein kleiner, also sie riskiert erstens mal ihre eigene Glaubwürdigkeit und geht sehr weit, riskiert sogar, würde ich mal sagen, ihre berufliche Stellung. Aber sie ist so überzeugt in ihrer Annahme, dass es da noch jemanden zu retten gibt, dass sie sehr weit geht, und ja, also ich fand ein sehr spannendes Buch, natürlich einen tollen Partner mit Justus von Donani in einer, ich habe zum ersten Mal mit einem Regisseur Till Endemann gearbeitet, das war, das war großartig. Und unüblich für Film waren das sehr, sehr lange Dialogszenen, das wird ja nicht immer gewagt, weil dann vielleicht doch auch mal die Angst besteht, dass es langweilig werden könnte. Aber ich fand es so gut geschrieben und die Konstellation dieser beiden so spannend, dieser beiden Figuren, dass ich zumindest die Hoffnung und doch das Gefühl habe, dass es getragen hat. Ja, also ich fand den wirklich sehr spannend, auch wirklich bis zum Schluss, weil es gibt ja auch dann noch einige Wendungen, die man so zum Anfang nicht so ahnt. Wie würdest du dann deine Figur beschreiben, oder andersrum gefragt? Wir haben ja heute das Thema, oder das ZDF hat geladen, starke Frauen vorzustellen. Ist sie eine starke Frau? Ist sie eine starke Frau? Ich würde sagen, sie ist absolut eine starke Frau. Gesellschaftliche Konventionen interessieren sie gar nicht. Sie, wie gesagt, sie hat ein eigenes Paket zu tragen. Sie hat da eine belastete Kindheit, von der man nur halb erfährt. Und sie ist eine Frau, die sich wohlfühlt, wenn sie sich mit komplexen Charakteren auseinandersetzt, geht da sehr eigenwillig ihren Weg. Und ja, also für das, ich sag mal, sie kämpft diesen Kampf in der Geschichte, die wir erzählen, ja jetzt nicht für ihr Ego, sondern weil sie, weil sie glaubt, dass sie, dass sie helfen kann. Und da geht sie, da geht sie so weit, dass sie, ja, sogar sich selbst zur Disposition stellt. Also eben nicht nur ihre, ihre, ihren Job, sondern ein Stück weit auch, auch ihre eigene Stabilität. Ja, dem Zuschauer werden ja auch so ein paar Schwächen von ihr offenbart, eben ihre Vergangenheit, die zur Sprache kommt. Gibt es auch noch ein paar andere Schwächen? Sind diese Schwächen, gehören die dazu, zu dieser starken Frau? Oder machen die sie noch stärker? Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass die Schwächen zu starken Menschen dazugehören, weil, ja, weil sie, weil sie letztlich ja überhaupt einen Mensch dazu bringen, sich selber überwinden zu müssen. Und das macht ja einen Menschen erst stark. Zum Beispiel ist, finde ich, eine ihrer Schwächen und wird dann aber eine Stärke, dass sie, dass sie jetzt nicht der beste Teamplayer ist. Also sie ist eher ein Einzelkämpfer und ihr wird da jemand am Anfang zur Seite gestellt, den sie erst mal überhaupt nicht ernst nimmt, der ihr aber, ein Assistent, der ihr aber dann eigentlich, also eine ganz große Bedeutung bekommt im Laufe der Geschichte. Und das ist sie bereit zu lernen, erlernen. Also da, da ist, finde ich auch, gehört auch zu einem starken Menschen dazu, dass er A, seine eigenen Schwächen einsieht und auch bereit ist, es zu ändern. Wenn wir mal von dem Film ein bisschen abkommen. Starke Frauen, was macht eine starke Frau aus? Also ich finde, dass einen starken Menschen ausmacht, ich sage jetzt mal Menschen, weil ob es eine Frau oder ein Mann ist, das wäre unabhängig davon, dass ein Mensch bereit ist, Neues zu lernen. Das heißt, erst mal seine Schwächen selber einzugestehen und dann mit einer gewissen Neugierde und auch einem Mut bereit sein, dazuzulernen und vielleicht mal Dinge auch anders zu machen. Das, finde ich, gehört zu einem starken Menschen dazu. Ich finde, dass es immer eine gewisse Schwäche Stärke braucht, sich nicht von anderen Menschen zu sehr beeinflussen zu lassen und im Zweifelsfall eine Entscheidung zu treffen, die auch unangenehm sein kann für einen selbst, die sich richtiger anfühlt. Wenn wir mal auf deine Branche gucken, auf die Filmbranche, muss man, oder eigentlich Frau, eine starke Frau sein, um sich durchsetzen zu können in der Filmbranche? Also es hilft mit Sicherheit, wenn man Verantwortung übernehmen möchte. Das finde ich aber generell als Mensch wichtig. Wenn man eine eigene Meinung hat zu den Dingen, wenn man sich nicht herumschubsen lässt und bewusst Entscheidungen trifft, hinter denen man dann auch wirklich stehen kann, auch wenn es dann vielleicht mal ein bisschen windig oder vielleicht sogar stürmisch wird. Das sind Dinge, die mir sehr wichtig sind. Ich glaube, dass man eine gewisse Disziplin braucht. Da spreche ich jetzt gar nicht von der Branche, sondern das kann ich nur beurteilen aus meinem eigenen Beruf heraus, dass man eine Zuverlässigkeit und eine Disziplin mitbringen sollte. Und ich finde auf jeden Fall wichtig, jetzt mal ganz unabhängig von der Branche, dass man eine Meinung beziehungsweise eine Haltung zu den Dingen entwickelt, immer wieder neu. Ja. Und wenn du auf deine Entwicklung mal zurückschaust, hast du ein Vorbild gehabt, eine Frau, eine starke Frau oder auch eine Schauspielerin, an der du dich orientiert hast? Nein. Ich glaube, sehr geprägt hat mich meine Mutter. Das ist definitiv eine starke Frau, finde ich. Die mich aber jetzt weniger, sie selber hat nichts mit Schauspielerei zu tun, kommt aus einer ganz anderen Ecke, aber hat mich, aber meine beide Eltern haben mich sehr darauf hingewiesen, dass ich mir einen Beruf suchen soll, der mir Freude macht, also den ich auch wirklich gerne mache und für den ich auch vielleicht gerne ein paar Opfer bringe, wie auch immer die dann aussehen. Ja. Gibt es für dich eine starke Frau, die du gerne spielen würdest? Nee, also ich kann jetzt nicht … Eine Traumrolle aber vielleicht? Nein. Hatte ich nie. Das ist … Vielleicht bewahre ich mich damit davor, enttäuscht zu werden, dass ich sie nie spielen werde. Ich weiß es nicht. Aber ich kann so vielen verschiedenen Charakteren was abgewinnen und der Fokus bei mir liegt sowieso immer auf der Geschichte. Ich finde, dass die … Wir erzählen Geschichten. Wir erzählen keine Rollen, sondern Geschichten. Und die müssen erzählenswert oder die müssen in meinen Augen erzählenswert sein und dringend. Und wenn dann dabei eine Rolle für mich abfällt, die spannend ist und die einen interessanten Konflikt oder eine interessante Herausforderung auf ihrem Weg hat, umso besser. Okay. Schön. Das war es auch schon von mir. Möchtest du noch was loswerden? Nein, vielen Dank. Ich bedanke mich für das interessante Gespräch und wünsche dir natürlich viel Erfolg, erst mal mit diesen beiden Filmen, aber natürlich auch mit allen anderen Projekten, die noch kommen. Vielen, vielen Dank.